Er zweifelte fast an diesem Gott, den er lieben lernen wollte und den er auch achtete und fürchtete, aber vor dem er tatsächlich auch Angst hatte. Aber er hatte selber noch diesen Kampf und so entschied er sich, als er in Rom war, auch zu dieser Pilatusstiege zu gehen, die deswegen ihren Namen hat, weil man sagte, dass diese Treppe aus Jerusalem dorthin exportiert wurde, als sozusagen überdimensionales Relief und man installierte dort diese Treppe, machte einen imposanten Torbogen mit einem imposanten Relief und man behauptete, dass diese Treppe die Treppe sei, auf der Jesus selbst auf Knien hinaufgestiegen wäre, zu Pilatus zum Verhör und letztendlich zu seiner Verurteilung. Und jeder Katholik damals wusste, wenn er in Rom ist, war das ein Pflichtprogramm, so wie es heute Pflichtprogramm ist in Rom, dass man gewisse Dinge gesehen haben muss. Jeder, der in Rom ist, geht mindestens mal zum Kolosseum, oder nicht? Luther fand sich wieder auf dieser Treppe, auf den Knien, wie er dort hinaufging, hinaufrutschte. Und mit jeder Treppe, die er auf den Knien dort hochging, erlebte er in seinem Herzen einen Argwohn und eine Abscheu. Mitten auf dieser Treppe, hört er plötzlich, wie von einer Stimme, die zu ihm einen Bibeltext zitiert. Und zwar Römer 1, Vers 17. Denn darin wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Luther hörte dieses Wort und er plötzlich, in dem einen Moment, wo er dieses Wort hört aus Römer und den Text kannte er gut, empfand er eine Abscheu und ein Schamgefühl, als er hier auf den Knien dieser Treppe mit anderen Pilgern dort hinaufrutschte. Eine großartige Autorin und meines Erachtens auch eine Person mit reformatorischem Geist schrieb in ihrem großen Werk, Der große Kampf, Sie können sich dann einen mitnehmen, der liegt heute hier aus, während der ganzen Serie, weil wir glauben, dass dieses Buch reformatorischen Geist in sich hat. Sie schreibt hier über dieses Ereignis, Geschichtliche, In Scham und Schrecken sprang er auf, Luther, und floh von dieser Stätte. Von jener Zeit an sah er deutlicher als je zuvor, die Täuschung auf Menschenwerke zu vertrauen, um Erlösung zu erlangen. Dieses Schamgefühl führte Luther dahin, dass er nicht aus Rom abreiste, sondern dass er aus Rom floh. Seine Augen waren geöffnet worden, um nie wieder geschlossen zu werden. Als er Rom den Rücken kehrte, hat er sich auch in seinem Herzen von Rom abgewandt. Diese Erfahrung war für Luther eine bittere Erfahrung. Aber sie war eine heilsnotwendige Erfahrung. Luther erlebte eine buchstäbliche Kehrtwende in seinem Denken, in seiner ganzen Auffassung, in einem neuen Licht Dinge zu sehen, die er vorher nicht wirklich verstand. Es geschieht etwas in seinem Leben, worum es heute an diesem Abend gehen soll, um die wahre Reformation. Luther erlebte in Rom etwas, was ihn wirklich zu einer echten Erfahrung führte, die wir heute in Umgangssprache nennen Erweckung. Und von nun an geschah in seinem Leben etwas, was wir heute als Geschichte kennen. In dem Wissen, nicht mehr zurückzugehen zu können, an dem Punkt, wo er als Mönch war, und auch nicht mehr zurückgehen zu wollen, macht er sich auf die Reise nach Deutschland. Zurück nach Wittenberg. Und er lebte, wie schon auf der Reise sein Leben, diese Reise dauerte ja wieder eine Weile, reformiert wurde. Luther war nicht mehr derselbe. Er war nicht mehr der, der gegangen war aus Deutschland. Er war jemand anders geworden. Das Erste, was mir auffiel, als ich etwas näher diesen Mann Luther anschaute, der ja für die deutsche Reformation schlechthin steht. Wir wissen, es gab nicht nur Luther. Wir können darüber nicht im Ausführlichen sprechen. Aber dieser Mann ist exemplarisch, steht er für viele Reformatoren. Und seine Erfahrung steht exemplarisch für viele Reformatoren, die dasselbe erlebt haben wie er. Das Erste, was ich lernen kann und konnte in dem Studium, und was wir lernen können, ist die Abwendung von menschengemachter Religion, die niemand erlösen kann, so wie es Römer 1, Vers 17 sagt. Und jetzt kommt der Punkt. Luther entschied sich, das Neue, das er erkannte, in seinem Leben wirken zu lassen. Es kommt zur Reformation, aber nur deswegen, weil er Erweckung erlebte. In Markus 7, Vers 8, da lesen wir, und es war ein Text, der Luther wohl bekannt war, aber jetzt in einem neuen Licht klarer noch verständlich wurde. Hier sagt Jesus damals, denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Traditionen, ich zitiere hier nach Luther, der Menschen ein. Im Grundtext, hier im Griechischen, steht nicht Traditionen, obwohl dieses Wort nicht falsch ist. Paradosis. Genau genommen heißt dieses Wort Menschenzitate. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Menschenzitate, die Zitate der Menschen ein, mit anderen Worten, das, was Menschen sagen. Luther hatte gelernt, dass Frieden nicht dadurch kommt, sich an dem auszurichten, was Menschen sagen, dass man tun soll, damit man dieses oder jenes erfährt. Nach seiner Begegnung und seinem Erlebnis, das er hier in Rom hatte und seine erste, seine erste wirklich ernstzunehmende Erweckung erlebt, war er motiviert und entschieden, noch entschiedener die Bibel zu studieren. Und er kam zurück nach Deutschland. Mit neuer Motivation, mit neuer Kraft, mit noch neuem Elan und mit neuem Feuer an die Bibel sich zu setzen und noch mehr zu studieren als vorher. Und er erlebt hier die Begegnung mit dem Wort sehr intensiv hier in dem Schlosskloster, hier auf der Wartburg. Hier ist sein Arbeitstisch, man kann ihn heute besuchen, hier diesen Raum und es ist beeindruckend und es ist ein Stück weit Geschichte, dort zu stehen, wo dieser große Mann durch den Heiligen Geist berührt, sich den Plan und das Ziel setzt, allen Menschen in Deutschland es zu ermöglichen, diese Erfahrung zu erleben, die er selber erlebt hat. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine wirkliche, ernstzunehmende Bibel. Es gab schon Bibeln. Es gab die Wulfilla-Bibel, die vor allem eine sehr ur-ur-urdeutsche Sprache war, die selbst in der damaligen Zeit mit dem damaligen Deutsch eigentlich nicht wirklich verständlich war. Erasmus von Ratterdam war dabei gerade an seinem Neuen Testament zu arbeiten. Und Luther hatte diesen Traum und diese Vision zu schauen, dass Deutschland, das deutsche Volk, die Menschen, die er liebte und die er bemitleidete von Zeit zu Zeit, ihnen etwas in die Hand zu geben, das ihnen ermöglichen sollte, selber frei zu werden von diesen Menschen-Zitaten. Und er arbeitete hart, sehr hart. Das zeigt uns, mit welchem Engagement, mit welcher inneren Überzeugung Martin Luther an dieses Bibelprojekt ging. Dieser Mann war überzeugt, dass das deutsche Volk die Bibel braucht. Liebe Freunde, glauben Sie auch, dass das deutsche Volk die Bibel braucht? Wir leben heute in einer Zeit, in der eine Bibel noch nicht mal für ein Euro zu bekommen ist. Ein Meisterwerk in sich selbst und ein Meisterwerk der Übersetzung. Menschen, die ihr Leben, ihr Schweiß und ihr Blut eingesetzt haben, um dieses Buch lesbar zu machen für die Bevölkerung in Deutschland. Oh, wie gern hörte ich das Klopfen an den Türen der Kirchen in Deutschland. Wo Nägel reingetrieben werden durch einen Hammer, der sich durch ein Papier bohrt und darauf zurückbesinnt, was eigentlich das bedeutet, was sie so dann und wann mit sich tragen oder zu Hause in ihrem Schrank haben. Hier in der Wartburg sollte Luther ein zweites Erlebnis haben. Wir wissen aus der Geschichte, das ist vielleicht das bekannteste Erlebnis, das über ihn berichtet wird. Es ist sein sogenanntes Turmerlebnis. Er erlebt eine weitere Erweckung, ein sukzessives Hineingenommen werden in die Heilige Schrift. wieder war es der Römerbrief, der ihn plötzlich darauf führte, dass er den Weg, der Freiheit, den er so suchte, des Friedens, selbst bis zum Schluss gehen muss und nicht in der Mitte stehen bleiben kann. Vor allem sind es hier Verse 16 und 17, die ihn beschäftigen, wo wieder das Wort des Paulus in sein Herz dringt und er liest, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Er sticht ihn in sein Herz, als er diese Worte diesmal nicht nur im Studium betrachtet für seine Studenten, sondern Gott ihm dort auf diesem Turm, in diesem Erlebnis selbst das gibt, was er so lange gesucht hat. Anzukommen bei Gott selbst. Hier heißt es denn, denn darin wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, wir haben es vorhin schon gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Plötzlich fielen die Ketten seiner Last, seiner Sorgen und seiner Ängste über die Gerechtigkeit beziehungsweise die Ungerechtigkeit Gottes wie eine tonnenschwere Last von ihm. Und Luther erlebte eine neue Erfahrung, wo er wieder ein neuer Luther wurde. Wenn wir heute die Berichte und die Geschichtsberichte lesen über Luther, dann ist es manchmal sehr arm, wie über diesen Mann berichtet wird und er hervorgehoben wird darüber, dass er die europäische Kirchenspaltung hervorgerufen hat. Und mit einigen historischen Fakten und Daten und Zielen und einigen Eckdaten wird hier die Reformation abgehandelt. Das ist nicht, worum es ging bei der Reformation. Die Reformation war in Wirklichkeit die Erweckungserlebnis Luthers. Und ich spreche hier mit den, wenn ich von Luther spreche, für die anderen Reformatoren. Melanchthon wurde ja in dieser Zeit sein bester Freund, der kam und ihm half beim Unterrichten und dann auch teilweise beim Übersetzen. nochmals, was damals vor fast 500 Jahren geschah, war nicht ein kirchenpolitisches Ereignis. Was damals geschah, war die Geschichte der Bekehrung eines Mannes, der ernsthaft nach Frieden suchte und nach Gerechtigkeit in Gott. sind wir ihm dankbar dafür? Er schreibt selber in dieser Zeit von sich Dank Gottes Erbarmen hier über seine Begegnung mit dem Wort Gottes, mit dem, wo Gott zu den Menschen sich offenbart. Er sagt, Dank Gottes Erbarmen unablässig, Tag und Nacht darüber nachdenkend, ich auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, er meint hier die Worte aus Römer 1, Vers 16 und 17, da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren, hören wir die Worte, und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Diese Worte kann nur jemand schreiben, der wirklich ein starkes Erlebnis hat. Das ist hier keine Gefühlsduselei. Luther war nicht irgendein Gefühlsschwärmer. Das geschah dann später in der Geschichte, als die Reformation aus den Gleisen sprang. Luther war ein ernster Bibelstudent und was er hier beschreibt, ist seine Wiedergeburt. Luther wird wiedergeboren auf der Wartburg und das hat Konsequenzen für Deutschland. Liebe Freunde, was geschieht, was kann geschehen, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird? Was wäre, wenn hier in Deutschland nicht einer dieses Erlebnis hat wie Luther, sondern viele? Was wäre, wenn alle Gläubigen in Deutschland, egal wer sie sind und welcher Konfession sie zugehören, was wäre, wenn alle Menschen berichten könnten, dass sie den Eindruck haben, dass durch die Begegnung mit dem Wort Gottes sie den Eindruck haben, direkt in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist, worum es ihm geht hier bei dem Paradies. Johannes bestätigte das, was Luther 1500 Jahre später dann wiederholt mit seinen eigenen Worten. Jesus richtet diese Worte an alle Menschen in der Welt, aber vor allem, wenn wir den Kontext lesen, wissen wir, er sprach zu den Gläubigen. Dieses Wort ist ein Wort, das nicht an jemanden gerichtet ist, der sagt, geh mir weg mit Gott. Wir sehen, warum. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die damals, die glaubten, denn es heißt hier, die an ihn glaubten. Er sprach nicht zu irgendjemand, der sagte, Jesus geh mir weg. Er sprach zu denen, die glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Jünger wissen wir aus dem Griechen heißt Matetes. Matetes heißt Schüler. Und genau das war Luther. Und er war ein guter Schüler. Wenn ihr bleiben werdet, daran bleiben heißt nicht eine oberflächliche Begegnung mit dem Wort. Ja, wir sind das Land der Reformation. Und wir werden geachtet von allen Nationen in der ganzen Welt. Deutschland ist ein Begriff. Und nicht mehr so sehr nur für die Stahlproduktion, die jahrzehntelang hier Made in Germany drauf hatte, oder Mercedes Benz oder andere Dinge, sondern Deutschland hat in der Welt einen Namen. Ich habe es selber in Asien erlebt, auch in USA. Deutschland hat einen Namen aufgrund der Ereignisse, die damals geschehen sind. Denn die Reformation zog ja noch eine ganz andere Geschichte nach sich, die wir heute Abend nicht so ansprechen werden. Sie wird ja in Allgemein hat die Reformation auch als die Geburtsstunde betrachtet, nicht geistlicher Erweckung, sondern vor allem auch der Bildung und der Aufklärung. Plötzlich hat es Luther geschafft, Bildung ins Volk zu bringen, ihre Sprache. Denn nichts anderes war es als die Bibel für alle natürlich auch begünstigt durch den Buchdruck von Gutenberg, der zu diesem Zeitpunkt durch seinen Buchdruck eigentlich Luthers Leben gerettet hat. Denn zu dieser Zeit, als Luther gerade seine Schriften, die je mehr Widerstand aus Rom kam, desto überzeugte er diese Schriften auch in einem klaren Ton formulierte, mittlerweile auf sehr großes Missfallen Roms dadurch herauskam und eigentlich sie schon lange an seinen Kragen wollten. Aber genau in dem Zeitpunkt, als seine Schriften formuliert werden, kommt der Buchdruck in richtigen Gang. Und plötzlich werden seine Schriften in ganz Deutschland in alle Winkel verteilt. Überall wird Luther nicht nur bekannt wie vorher, sondern er wird auch beliebt. Und Rom musste sich gut überlegen, was sie tun. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, Luther blieb an dem Wort, er hatte keine Umgebung.